ja willkommen wieder auf diesem kanal mein name ist joey fleck ich bin inhaber von digitale formate der agentur die sich auf vertriebsorientierte wordpress webseiten und shops spezialisiert hat und bevor überhaupt so ein projekt erst mal starten kann klar benötigen wir ein hosting paket und wo es häufig dran mangelt ist bei den kunden diese spezialisierung auf wordpress hosting was überhaupt verständlich ist genau deshalb schauen wir uns das heute einmal an worauf es da überhaupt ankommt und wie ihr das richtige hosting paket für eure wordpress webseite oder euren wo commerce shop findet und dazu starten wir einmal mit einer kleinen übersicht die wir hier erstellt haben damit den überblick bekommt dass es nicht nur vom preis abhängig ist welches hosting paket für euch das richtige ist oder was häufig auch vermutet wird wie dass ich möglichst viele domains also internetadressen mit in meinem paket habe weil die heutzutage zwischen 40 cent und einem euro im monat kosten also nicht die welt und ihr an der falschen stelle da nicht sparen solltet um eben keine anschränkungen in diesen punkten hier zu haben können die einmal im schnelldurchlauf hier durchgehen was überhaupt damit gemeint ist also speed die geschwindigkeit ein enormer faktor nicht nur für die suchmaschinen optimierung sondern auch für eure potenziellen kunden keiner mag langsame webseiten gerade weil wordpress im gegensatz zu normalen webseiten mit html und css ein ganzes system dahinter hat was auf dem server läuft brauchen wir hier bestimmte komponenten damit das ganze auch performant ist also die webseite schnell ist haben wir solche punkte wie backup sicherung dass die durchgeführt werden können staging wenn man mal eine testinstanz braucht bevor updates oder änderungen an der live seite vorgenommen werden ssl zertifikat das schloss also hier in der leiste oben wenn wir denn eins haben hier beispielsweise eine komprimierung ein sehr sehr wichtiger punkt ist der support also der support wirklich von dem hosting anbieter bei problemen oder fragen mit dem server dass sie da einen konkreten ansprechpartner habt genauso wie der standort dass der möglichst in deutschland sein sollte stichwort dsgvo ssd ihr kennt es von eurem pc eine hdd festplatte ist nicht so schnell wie eine ssd festplatte es gibt auch ssd datenbanken wer sich damit auskennt weiß dass es einfach schneller ist dass die php version die aktuellen unterstützt werden ihr darüber auch problemlos php updates durchführen könnt http ist eine verschlüsselungs methode hier auch bevor es an server übertragen wird auch da können wir gleich einmal darauf zu sprechen kommen klar ein wichtiges kriterium ist der speicherplatz und ssh damit ihr direkten zugriff habt auch kommandos über den server direkt steuern könnt ja und da keine einschränkungen habt auch das wichtig für einige projekte und dann eine verschüsselte verbindung habt grundlegende ausgangslage ist hier erstmal das projekt ziel also sprechen wir hier von einer landing page die einseiter der wenig platz benötigt sprechen wir hier von einer kleinen webseite oder einen kleinen blog oder gehen wir hier in den bereich wir haben eine umfassende große firmen webseite wir haben eine sehr sehr große infoseite einen großen blog haben wir mitglieder bereich was haben wir überhaupt für ein ziel mit der webseite und wie groß ist das projekt einzuschätzen sehr sehr wichtig am anfang ja starten wir einmal mit unserem ersten anbieter also wir haben uns hier auf 1 2 3 4 5 anbieter insgesamt beschränkt also fünf wirklich empfehlenswerte anbieter für wordpress hosting im jahr 2021 und auf die kommen wir heute einmal zu sprechen müssen uns hier natürlich festlegen weil wir nicht alle anbieter die wir in den vergangenen jahren kennengelernt haben vorstellen könnten das wird einfach den zeitlichen rahmen springen ja netcup die die netcup gmbh aus karlsruhe ein super preis leistungs verhältnis für kleine wordpress projekte also weniger geeignet wirklich für große online shops oder größere instanzen aber ja schon das notwendigste was was wirklich für eine gute solide einfache wordpress webseite notwendig ist findet man hier für 2,99 mit dem wordpress toolkit inklusive kann über plesk eine verwaltungsoberfläche backups steuern die prp version updaten hat ein file manager dahinter wenn man jetzt nicht mit programm wie filezelle arbeitet ja mit unserem gutschein kriegt man das ganze sogar für 2,79 weil wir partner davon sind link hierzu packe ich euch in die beschreibung und genau der nächste ist hier einmal mitwald auch aus deutschland also ihr merkt wir legen sehr sehr viel wert darauf dass wir einen deutschen hosting partner mit einem deutschen support und deutschen server standort dahinter haben also deutscher geht es fast gar nicht ja die also mitwald sehr sehr fokussiert oder er bekannt eigentlich in der typo 3 szene typo 3 auch ein cms system basiert auf php wordpress ebenso also haben wir dementsprechend hier auch ja schon sehr sehr schöne hilfreiche tools für kleine wordpress webprojekte beziehungsweise auch mittelgroße bis große weil das ganze mit dem eigenen anforderungen wachsen kann haben wir darüber auch ein kleines schönes dashboard im hintergrund bei die wir die sachen ja unsere änderungen anpassungen sehr sehr einfach vornehmen können das ist einfach immer sehr sehr wichtig damit überhaupt so eine verwaltungsoberfläche habt wenn ihr jetzt nicht systemadministrator seid oder einfach viele kenntnisse habt im umgang mit eurem eigenen server damit ihr darüber die ganzen anpassungen vornehmen könnt also gehen wir hier runter also wir haben hier einen installer mit drin können updates hier übersteuern schnell eine staging site also entwicklerseite anlegen backups hier automatisieren haben wir ein paar templates bei unzählige ssl zertifikate pellets encrypt ja und nochmal virus protect also auch irgendwo sicherheit ist immer sehr sehr wichtig bei mittwald und ja hier im unterschied zu anderen anbietern geht es hier nicht nach ausschließlich nach dem speicherplatz oder nach der anzahl der domains beispielsweise sondern ist ein ganz anderes modell was hier sich eher an den besucheranzahlen im monat für deine wordpress webseite oder deinen shop bemisst das ist auch nicht verkehrt zum start weil es mit eurem projekt mit wächst also von 2000 besuchern also individuelle besucher pro monat kann das hier schritt für schritt wachsen und kostet aktuell 9 euro netto monatlich mit nochmal eine ganz kleinen einrichtungsgebühr aber ja eignet sich auch super für eine wordpress webseite und ist ein sehr sehr guter start einfach für blogs kleinere shops beispielsweise auch die dann wirklich mit den anforderungen wachsen als nächsten anbieter haben wir hier hosting provider ionos auch da haben wir einen super einstieg für wordpress weil wir hier auch ein ssl zertifikat mit drin haben die ressourcen sind gut verteilt haben hier einiges an speicherplatz drin und auch in punkto support und anderen punkten die wir hier am anfang einmal hatten ja es ist ein sehr sehr solider einstieg aber auch das wieder das muss man dazu sagen eher ideal für kleinere bis mittlere wordpress projekte und ein paar details wie beispielsweise die komprimierung oder andere punkte die fehlen uns an der stelle einfach also alles kann man da auch nicht für den preis für circa 7 euro dann im monat nachher erwarten also das sollte euch klar sein genau dann haben wir hier einmal webgoat die wir noch vorstellen wollen also ich hatte ja gesagt generell die links packe ich euch alle hier in die beschreibung damit ihr auch noch mal für euch selbst schauen könnt in bezug auf das projekt ziel das kenne ich jetzt natürlich nicht wollte den kleinen blog starten habt ihr schon einen großen blog und wollten neuen hosting anbieter haben plant ihren woocommerce shop plant ihr eine aufwendigere seite mit mehreren plugins beispielsweise oder bestimmten funktionen dahinter all sowas ist schon ausschlaggebend für euer ja für euer perfektes wordpress hosting paket hier von den ssl zertifikaten die ihr sowieso immer braucht für eine sichere gute seite ausgehend sind wir hier bei 11 euro 95 monatlich haben wir auch einige punkte mit drin ist auch ein sehr sehr guter einstieg für wordpress ist schnell eingerichtet wir sehen hier auch sowas deshalb haben was deshalb haben was genau einmal mit in die übersicht drauf genommen wir sehen sowas wie ssd haben hier die zierte server und einfach einen sehr sehr guten support auch dahinter an dem man sich jederzeit wenden kann aber auch unserer meinung nach hier wiederum nicht nur wegen des speicherplatzes einfach nicht geeignet für wirklich große projekte also wenn man hier mehr ansprüche hat dann sollte man eher auf größere wirklich pakete gehen oder einen eigenen server nehmen auch das ist möglich bei webgo und ja natürlich gibt es noch viele andere wordpress hosting provider auf die wir jetzt gar nicht eingegangen sind wie beispielsweise all inkel siteground da gibt es noch so viele mehr also wir mussten uns hier auf der stelle an der stelle wirklich auf einige festlegen den wir auch eng zusammenarbeiten die wir immer sehr sehr gerne weiterempfehlen und ja bevor wir jetzt auf unseren platz 1 sozusagen kommen also den wordpress hosting partner der einfach zu 150 prozent auf wordpress spezialisiert ist einmal nur noch ganz kurz dazu noch mal hier in die übersicht also wir sind jetzt gar nicht so sehr auf alle punkte bei allen anbietern eingegangen das haben wir natürlich im vorfeld schon sehr sehr gut analysiert aber wo wirklich alles sehr sehr hundertprozentig hier zutrifft und wirklich speziell auf wordpress ausgerichtet sind ist das ist bei rateboxes der fall jetzt kennen noch andere ja kunden von uns die dann immer wieder kommen auch die haben sich natürlich im internet erkundigt wordpress hosting moment da gibt es doch noch kindstar warum ist das denn jetzt besser als das andere also zu einem punkt kommt da dann häufig auch auf andere punkte drauf an jetzt nicht nur auf die technischen details also auch das was wir gesagt hatten punkto support habe ich da einen deutschsprachigen support habe ich ein server standort in deutschland auch das ist möglich hier bei kindstar deshalb haben wir hier einmal die pakete aufgerufen aber wenn wir jetzt auch hiervon die ganzen details einmal vergleichen mit rateboxes wo wir sehr sehr viele kunden hosten oder auch immer wieder neue entwicklungsinstanzen per klick ganz ganz schnell anlegen und noch mehr vorteile hinterhaben können wir uns das ganze hier einmal anschauen also wir sind hier bei einem preis von 100 dollar pro monat haben wir solche teilweise bei hostpress und co auch noch premium plugins mit drin wie wp rocket auch das kann eure webseite nochmal schneller machen kommen wir aber in einem gesonderten video drauf zu sprechen aber wenn wir jetzt hiervon den 100 dollarn ausgehen haben wir fünf in wordpress instanzen ja inklusive sozusagen die wir daran darauf anlegen können und gehen dann hier einmal auf die balktarife für wordpress dann ist es auch hier möglich für wordpress webseiten für gerade mal 60 euro zu bekommen und ja kommen wir mal darauf zu sprechen also hier wenn wir in die technischen details einmal drehen gehen wir sehen genau hier die kriterien nach denen wir das ganze wirklich bewerten caching sehr sehr wichtig wirklich damit eure webseite wirklich performant läuft wir haben hier extra woocommerce optimierung mit drin oder bodypress wenn ihr einen großen mitbilder bereich bei euch auf der webseite habt das ganze ist sehr sehr sicher hier wirklich in deutschland gehostet und also es ist also wir sind wir sind einfach sehr sehr überzeugt von dem anbieter und wie gesagt hosten deshalb sehr sehr viel dort und ja gehen wir an der stelle einmal ins packet von einer neu angelegten box an also so heißen wirklich die neu angelegten webseiten bei rate boxes sind mit wenigen klicks erstellt sind schon hier wirklich mit den technischen faktoren optimiert von vornherein und wenn wir dann ins back end von einer unserer wordpress webseiten gehen dann sehen wir hier auch noch einen punkt mit rate boxes also das integrierte caching und auch die anderen plugins serverseitig die sieht man die von vornherein installiert sind und einfach für eine hohe performance sorgen schauen einmal gerade hier ob wir plugins haben wir noch gar keine drin ist ja eine komplett neue instanz haben auch keine extra themen oder co installiert also wenn wir jetzt mal genau diese seite hier in uns bei geometrics angucken ist generell ein tool gibt es auch noch sowas wie pingdom und generell von google auch google page speed mehrere tools um die geschwindigkeit eurer wordpress webseite einmal zu überprüfen und ja da kommen wir wie gesagt auch in einem gesonderten video darauf zu sprechen weil es da viele unterschiedliche details gibt die dafür ausschlaggebend sind aber auch unter anderem der hosting anbieter und wenn wir jetzt einmal hier unsere seite analysieren das dauert immer einen kleinen moment dann erhalten wir hier als ergebnis ja note a also perfekt wirklich sehen dass hier ein sehr 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 guter score wirklich erreicht wird und genau das merkt man wenn man jetzt hier wirklich auf einzelne seiten geht das liegt jetzt hier nicht nur an der internetverbindung also das geht sehr sehr schnell wirklich an der stelle und genau aus dem grund wirklich für uns ja ein wirklich sehr sehr guter wordpress hosting anbieter die einzeltarife die starten hier bei 15 euro pro monat also das ist einfach ein sehr sehr gutes preis leistungsverhältnis auch an der stelle für spezialisiertes wordpress hosting ihr erspart euch einige premium park plugins die ihr sonst für skating oder für backups updraft plus beispielsweise oder weitere plugins die ihr normalerweise sonst bei anderen hosting anbietern noch zusätzlich kaufen müsstest müsstet also das entfällt an der stelle weil ihr hier sehr sehr viele schöne tools mit drin habt und auch von der oberfläche vom dashboard her ja einfach sehr sehr gut dass die die wordpress webseite verwalten können neue boxen anlegen könnt und ja alle notwendigen technischen zugriffe habt um eure wordpress webseite jederzeit zu verändern oder auch in neue boxen zu übertragen ja das war einmal der schnell überblick über unsere top five wordpress hosting anbieter die links findet ihr in der beschreibung jede jeden hosting anbieter könnt ihr auch einmal kostenlos testen um euch da selber einen eindruck zu verschaffen ich hoffe das video war für euch hilfreich wenn ihr euch trotzdem noch nicht sicher seid welches welcher wordpress hoster für euer projekt euer ziel vorhaben in frage kommt dann schreibt es gerne in die kommentare wir versuchen das ganze einmal zu beantworten oder schreibt uns einfach eine e mail oder schreibt uns über instagram und wir helfen euch da gerne mit dem richtigen wordpress hosting bis dahin und bis zum nächsten video euer joey ciao ciao